Heute hab ich echt verkackt, doch der Grund ist die Sonnenbrille, die mir nicht passt. Ich würd so gern bei dem Scheinfrecher nach Argentinien. Yo, Mann, und da zieh ich mir ein Wein aus Arminien. Yo, und ich fahr hierher mit der Straßenbahn. Die 2E, yo, Mann, und ich lasse reinfahren. Dann Delay, kommt heut Abend, der Quicken und Lahm. Ich möcht für das Game auf der Play Station spiel ich Guitar Hero. Ein Fasso, ich hab den Flow im Krankenhaus. Und all die kranken Schwestern, die gehen mit mir.